Ihr Lieben, wie geht's dir heute an diesem Portal-Tag, dem dritten in diesem Kalenderjahr? Heute ist die Grundschwingung des Tages die reine Liebe und so viel Freiraum in dieser reinen Liebe. Und so tauchen wir einfach gleich ein in das göttliche Feld der Wunder und schauen, was dieser Portal-Tag, dieser Tag der offenen Türen aus dem göttlichen Feld für dich beinhaltet. Du hochgeliebte Seele, die du hier sitzt, an diesem Hörgerät, an diesem Sichtfenster, wie dankbar wir sind, wie sehr wir in der Freude schwingen und singen, dass du heute wieder hier bist, an diesem Tag, an dem ihr es umso mehr spürt, dass die Türen nun offen sind, dass die Tore weit geöffnet sind für dich, geliebte Seele. Denn indem du diese hohen Frequenzen, die wir sozusagen in diese Welt strömen, ganz in dich aufnimmst, in diesem Moment bist du befreit, in diesem Moment lebst du die befreite Liebe. Und so atme, atme die Energie dieses Tages, atme die hohen Frequenzen und spüre die starke Befreiungskraft dieses Tages, ja dieser Zeit. Du geliebte Seele bist hier auf dieser Erde, um das Spiel deines Lebens zu spielen. Und so ist es, wie mit jedem Spiel gemeint, dass du weißt, was willst du. Was willst du, was willst du erleben, was willst du leben, wer willst du sein, was willst du erleben? Du geliebte Seele bist es, die dein Leben macht. Alles, was du wahrnimmst hier in diesem Außen, haben nicht wir gemacht. Wir haben es dir gebracht. Wir haben es dir gebracht, weil du es bestellt hast. Und so fragen wir dich immer wieder, was in dir will denn noch befreit werden? Was in dir möchtest du denn in das Nirwana der Felder senden, transformieren, befreien, vergrößern, lieben? Wer willst du sein? Was willst du leben? Was willst du erleben, geliebte Seele? Und so ist dieses ein Tag, an dem du alles noch einmal von vorne schütteln und rütteln kannst, um einfach noch einmal neu zu starten. Denn jeder Tag ist dein Tag. Und jeder Tag ist perfekt dafür, um neu zu starten, du geliebte Seele. So lasse hinter dir, was dir nicht mehr dienet. Steige ein in die Kutsche. Und tauche ein in diese neue Zeit, in der wir dir die Energien bereitstellen, in denen du baden kannst. Die reine Liebe, die pure Liebe, die du bist. Denn du, geliebte Seele, bist das Licht. Aus dem Licht kommst du, im Lichte bist du. Die reine, die pure Liebe bist du. So wie wir, denn du bist wir und wir sind du. So, hab Dank, Geliebte, für dein Sein mit uns. Hier auf dieser Erde und in den Feldern. So, ist es immer die gleiche Frage für dich. Wer bin ich? Denn du, geliebte Seele, kannst alles sein, was du dir wünschst. Bist alles, was du dir wünschst. Hab Dank. Geliebt bist du. Hochgeehrt. Gefeiert. Besungen im Hosianna, im Halleluja diesen Jahres. Wir danken dir. Wir ehren dich. Wir lieben dich so sehr. Sei Licht. Trage dein Licht in dir und um dich. Es ist dieses der schönste Mantel, den du haben kannst. Amen. Namaste, Mahalo. Ihr Lieben, so wünsche ich dir einen wunderschönen Portaltag. Genieße ihn und genieße dich. Genieße dein Sein und danke, dass es dich gibt. Danke immer wieder. Ich liebe dich so sehr. Danke. Danke. Namaste. Danke. Danke. Danke.